Habeck war zu Besuch in der Ukraine und hat dort drei große Vorschläge gemacht. Diese drei Vorschläge sind aber total irre und Habeck blamiert sich damit selber und auch ganz Deutschland. Schon wieder. Wenn du diese Vorschläge hörst, dann wirst du echt vom Stuhl fallen. Alle Details in diesem Video. Los geht's. Starten wir direkt mal mit dem ersten Vorschlag durch. Habeck ist ja vor kurzem in die Ukraine gereist, um mit Präsident Zelensky Pläne für den Wiederaufbau der Ukraine zu besprechen. Und was der deutsche Wirtschaftsminister dort von sich gegeben hat, das ist wirklich an Inkompetenz nicht mehr zu überbieten. Am Montag hatte Habeck dazu nämlich ein Interview im Heute-Journal gegeben und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also vor allem gibt es eine große Entschlossenheit in dem Land. Das große Wort, über das hier alle reden, ist Early Recovery, also Wiederaufbau anfangen, obwohl der Krieg noch andauert und natürlich die Gefahr von Raketenangriffen nicht vollständig gebannt ist. Okay, also die wollen jetzt ein Early Recovery machen, also einen Wiederaufbau, obwohl der Krieg noch am Laufen ist und die Gefahr für Raketenangriffen noch nicht vollständig gebannt ist. Also das ist schon mutig, aber schauen wir mal weiter. Welche konkreten Investitionsentscheidungen gibt es denn bereits? Also zwei sind im Vorfeld quasi getroffen worden. Einmal, ich glaube, das darf ich sagen, Bayer, der deutsche Pharma- und Chemiekonzern, wird hier 60 Millionen investieren und dann ein Unternehmen, das hier schon in der Ukraine ansässig war, Fixit, heißen die, die machen hier Baustoffe, werden ihre Kapazitäten erweitern, quasi verdoppeln. Das wird auch dringend gebraucht, denn wenn man sich anschaut, was ist jetzt das Erste, was gemacht werden muss, ist halt die Reparatur von Gebäuden und Straßen und Brücken. Gut, das mit den Firmen klingt jetzt erstmal interessant, ist aber noch nicht richtig spektakulär. Aber als nächstes kommt jetzt der richtige Oberhammer. Also schnallt euch an und haltet euch gut fest. Und wichtig daran ist, dass wir ein Instrument einsetzen, das wir normalerweise nicht für Kriegsgebiete vorhalten, nämlich eine Investitionsgarantie aussprechen. Und das gilt auch für andere Unternehmen. Sollte dieses Fabrikgebäude zerstört werden durch Raketenangriffe beispielsweise, garantiert oder haftet der deutsche Staat. Das machen wir natürlich normalerweise nicht. Das ist viel zu gefährlich, aber in diesem Fall machen wir das. Und deswegen investiert Fixit ebenfalls. Also meine lieben Zuschauer, hier an dieser Stelle hat es mir echt die Schuhe ausgezogen. Habeck sagt selber, dass der Krieg noch läuft und weiter Raketen fliegen. Und im selben Atemzug sagt er, dass der deutsche Steuerzahler dafür haften soll, wenn diese Raketen dann die neu aufgebauten Fabriken und die Infrastruktur wieder zerstören. Also bitte was? Ist dieser Mann denn von allen guten Geistern verlassen oder wie? Deutschland schickt ja sowieso schon richtig viel Geld in die Ukraine, unter anderem auch zum Wiederaufbau der Ukraine, womit ja unter anderem dann genau diese Fabriken bezahlt werden sollen. Und wenn die dann zerstört werden, dann sollen wir nochmal zahlen. Und das auch noch vor dem Hintergrund, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zerstörung sehr groß ist, weil dort gerade Raketen fliegen. Also mal abseits von der Feststellung, dass das Geldverbrennung höchster Klasse ist, muss man sich jetzt mal berechtigterweise zwei große Fragen stellen. Erstens, warum sagt Habeck denn, dass der deutsche Staat haftet? Der deutsche Staat haftet überhaupt nicht, sondern die deutschen Steuerzahler haften ihrem Geld. Warum immer diese Schönrederei von Habeck? Das kann ich absolut nicht ausstehen. Und zweitens, das noch viel wichtiger, warum in Gottes Namen soll der Steuerzahler überhaupt für dieses Himmelfahrtskommando aufkommen? Warum, ja? Und warum will die Bundesregierung ausgerechnet hier eine Ausnahme machen? Wenn deutsche Firmen in der Ukraine ihr Geld investieren sollen, dann können sie das ja gerne machen. Aber dann bitteschön auf eigenes Risiko. Das nennt man dann nämlich unternehmerisches Risiko. Und das ist wie die Insolvenz ein weiterer wirtschaftlicher Begriff, den Habeck offenbar nicht kennt. Weil für solche Vorhaben gibt es nämlich Versicherungen, ja? Und daneben lassen sich ihre Investitionen von einer Versicherung gegen Schäden versichern und zahlen dafür eine Prämie. Und je höher das Risiko ist, desto höher ist die Prämie. Aber offenbar ist dieses Risiko in der Ukraine viel zu groß, dass keine Versicherung jemals die Firmen dort versichern würden. Und wenn das keine Versicherung macht, warum sollte es dann der deutsche Steuerzahler machen? Und ich wette, Habeck würde sogar nicht mal diese Versicherungsprämie in Anspruch nehmen. Also haben wir dann quasi null Rendite, aber maximales Risiko. Und das macht wirklich absolut gar keinen Sinn, ja? Das ist Wirtschaftswissenschaften Klasse 1. Und das weiß sogar Habeck selber, ja? Er sagt es sogar selber. Schaut ihr mal den Ausschnitt an. Das machen wir natürlich normalerweise nicht. Das ist viel zu gefährlich, aber in diesem Fall machen wir das. Also Habeck sagt selber, es ist zu gefährlich. Und warum machen wir es dann trotzdem, ja? Herr Habeck, erklären Sie uns das bitte. Warum machen wir solchen Unsinn, obwohl Sie selber sagen, dass es zu gefährlich ist? Warum? Kein klar denkender Mensch würde sowas machen. Kein klar denkendes Unternehmen würde sowas machen. Und auch kein anderes Land auf der Welt würde sowas machen. Im Gegenteil, die anderen schütteln sogar ihren Kopf darüber und fragen sich, wie man nur solchen Unsinn verzapfen kann. Aber okay, bevor ich mich jetzt noch weiter in dieses Thema reinsteigere, kommen wir mal zum nächsten Totalausfall von Habeck diese Woche. Die Oldenburger Zeitung schrieben mich vorgestern, Habeck findet Festhalten der Ukraine an Atomkraftwerken in Ordnung. Bitte was? Festhalten an Atomkraftwerken in Ordnung? Ich dachte, Atomkraftwerke sind schlimm und müssen alle abgeschaltet werden. Okay, lesen wir mal weiter. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen ist nach einem Treffen mit dem ukrainischen Energieminister Hermann Halutschenko sicher, dass die Ukraine an der Atomkraft festhalten will. Das sei für ihn auch in Ordnung, solange die Sicherheit der AKWs gewährleistet sind, sagte er im TV-Sender Welt am zweiten Tag seines Ukrainsbesuch. Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist völlig klar. Und das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut. Also meine lieben Zuschauer, an dieser Stelle weiß ich echt nicht, ob ich jetzt lachen oder ob ich weinen soll. In Deutschland schalten wir in zwei Wochen unsere letzten verbliebenen Atomkraftwerke ab, weil sie unter anderem gemäß den deutschen Politikern nicht sicher genug sind. Aber in der Ukraine sind Atomkraftwerke in Ordnung, solange sie sicher laufen? Nehmen wir zum Beispiel mal unser Kernkraftwerk Isar 2, welches von deutschen Ingenieuren gebaut wurde und 1988 in Betrieb genommen werde. Dieses Kraftwerk ist jetzt unsicher und deswegen muss es in zwei Wochen stillgelegt werden. Dagegen das ukrainische Kernkraftwerk Sarubishevska, welches von sowjetischen Ingenieuren gebaut wurde und sogar früher 1984 in Betrieb genommen wurde, das ist sicher und das darf weiter in Betrieb bleiben. Mal davon abgesehen, dass dieses Kernkraftwerk im Kriegsgebiet liegt und gerade von den Russen betrieben wird. Aber die Ukraine haben ja noch drei andere Kraftwerke, die teilweise sogar noch älter sind und bei denen es dann auch in Ordnung ist, wenn sie weiterlaufen. Also, liebe Zuschauer, wie kann man denn als deutscher Politiker sagen, dass wir die deutschen Atomkraftwerke abschalten müssen, weil sie unsicher sind und gleichzeitig sagen, dass die ukrainischen Kraftwerke sicher sind und weiterlaufen dürfen? Für mich ist das pure deutschen Feindlichkeit und Rassismus, den Habeck da betreibt. Die Ukraine dürfen ihre Atomkraftwerke behalten und die Deutschen dürfen das nicht. Das kann doch nicht sein. Und da kann ich auch nicht mehr nur mit dem Kopf schütteln, sondern da muss ich mich echt fragen, glaubt Habeck denn selber an diesen Unsinn, den er da sagt? Ich meine, wir wissen alle, dass die Atomkraft bezüglich CO2 die saubersten Energieträger sind, die es gibt. Sauberer als Kohle, Öl, Gas und Biomasse. Und wenn man die ganzen Herstellungskosten nimmt, sogar sauberer als Sonne und Wind. Und jetzt hat Habeck sogar offiziell bestätigt, dass Kernkraftwerke sicher sind und sie weiterlaufen dürfen. Also, alle Argumente gegen Atomkraft wurden jetzt eindeutig entkräftigt. Aber trotzdem schalten wir deutsche Atomkraftwerke ab und die ukrainischen Atomkraftwerke bekommen den Segen von Habeck. Das ist wirklich echt unglaublich. Aber okay, jetzt kommen wir mal zum dritten Fall von geistiger Umnachtung. Während Habeck nämlich seinen Besuch in der Ukraine gemacht hat, hat er noch einen dritten Klopper rausgehauen. Die FAZ schreibt dazu, Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht für ein Verbot von Uran-Importen aus Russland auf. Länder nennt er keine beim Namen, aber ein Verbot würde unter anderem Frankreich und Ungarn treffen. Tja, und neben Frankreich und Ungarn dürfte es auch Tschechien, Slowakei, Finnland und Bulgarien treffen. Weil die alle haben nämlich Kernkraftwerke sowjetischer Bauart und sind in Sachen Atomkraft stark auf Russland angewiesen. Und hey, selbst die USA beziehen 19% ihres Urans aus Russland. Und all diese Länder will Habeck jetzt sanktionieren und sie dazu zwingen, keinen Uran mehr aus Russland zu nehmen? Und eventuell hat Habeck ja die Nachrichten letztes Jahr verpasst, da sind die irgendwie an ihm vorbeigegangen, die da sagen, dass ganz Europa tief in einer Energiekrise steckt. Die ganze europäische Wirtschaft geht aufgrund der hohen Energiekostengrad den Bach runter und jetzt will Habeck noch einen obendrauf legen, indem er Uran und die Atomenergie sanktioniert? Also ich verstehe das nicht. Für mich hat Habeck seine Aufgabe als Wirtschafts- und Energieminister deutlich verfehlt. Anstatt die Energiekrise zu lösen, macht er sie mit seinen Vorschlägen sogar noch schlimmer. Also meine Lieben, halten wir mal fest. Als erstes will Habeck, dass der deutsche Steuerzahler für Fabriken haften, die in der Ukraine durch Raketen zerstört werden. Zweitens sagt er, dass die Atomkraftwerke in der Ukraine in Ordnung sind, die in Deutschland aber nicht. Und drittens will er jetzt russisches Uran verbieten und damit die Energiekrise verschärfen. Also ich habe keine Ahnung, wie ein Wirtschafts- und Energieminister mit solch katastrophalen Vorschlägen überhaupt noch in Amt bleiben kann und nicht schon längst vom Kanzler zum Teufel gejagt wird. Aber was denkst du denn dazu? Wie findest du denn diese drei Vorschläge von Robert Habeck? Schreib mir deine Meinung dazu gerne in die Kommentare unter dem Video. Ich bin sehr gespannt, was du dazu denkst.